Hallo, hier bei Küken und damit recht herzlich willkommen auf unserem Rostenkanal zum kleinen Indie Horror Spielchen. Heute spielen wir zusammen Randy. Ist mir die Unity Engine gemacht? Um was es geht? Keine Ahnung. Lassen wir uns das Beste überraschen. Vorher wünschen wir noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne dass alles nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen vielen Dank Freunde für Eure enorme Hilfe. I love you. Wir starten mal. Anthony Randy. Randy Floyd, 16 Jahre alt, seine Mutter starb als er 5 war. Sein Vater James Floyd, ein Captain von United States Marine Corps. Hat nie sehr viel Aufmerksamkeit auf seinem Sohns mentalen Zustand hier geworfen. Als Randy in die Schule kam, hatte er viele Probleme. Seine Lehrer haben mich nicht beschützt. Er hat seine Mitschüler umgebracht mit einem AR-Rifel-Gewehr, wo er von seinem Vater gestohlen hatte. Er wurde gefasst und in eine Psychiatrie eingewiesen. Und die Diagnose ist schizophren. Ach du Scheiße. Wir sollen die Geheimnisse hinter der Mauer erkunden, herausfinden. Wir müssen Schlüssel finden. Briefe finden. Oh. Ich kann leider an den Grafikeinstellungen nichts tun. Was sind das für Geräusche hier? Es leckt ein bisschen. Key to get out of the room. Was ist das für einer? Wo sind wir denn hier? Träumt er das alles nur? Wo sind wir denn hier? Träumt er das alles nur? 209. Wir waren in 210. Wir sind jetzt in 209. Was ist das für ein Spiel? Hier sind sie glaube ich alle schizophren. Wo ist hier ein Key? Ah da. Das war Room 210. Ein Brief. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Das macht einem Angst? 209. 203. Wir können mit Escape können mit Randy's Record gehen. Hier haben wir die Briefe, wo man sich einlesen kann. Ich weiß nicht. Die Frage, die ich mir stelle. Was ist hier das tiefste Laufen? Ich kann... Das ist Rennen. Ich kann... Und was ist das für einer? Vor allem. Wir müssen jetzt Schlüssel finden. Aber hier drin ist ja gar kein Schlüssel. Oder habt ihr einen gesehen? Ich habe hier keinen Schlüssel. Und da hinten habe ich keinen Schlüssel mehr. Und woher kommen die Schüsse? Das ist jetzt Rennen. Oh, hau ab. Da dreht der völlig am Rad. Du siehst. Ich habe doch einen Schlüssel gefunden, oder nicht? Ich habe doch zwei Schlüssel. Inventory. Key aufzug. Mir fehlt noch ein Schlüssel. Aber wo kriege ich den? Wo geht's? My escape. Who is you? Wieso geht das Key da nicht weg? Da liegt er. Inventory wieder. Ja. Da war er gerade wieder. Ich kann leider... das Teil hier nicht wegmachen. Und wir werden ja jetzt wieder böse verfolgen. Und die Tür zumachen kann ich auch nicht. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. 205. 205. 204. 205. 205. Da liegt noch eins. Leute, was ist das für ein Spiel? Was... Wir müssen ja hier nur rauskommen. In jedem... Ja, auch die Stimme, wer ist die Stimme, die Stimme in unserem Kopf, die uns sagt, uns Anweisungen gibt, was wir zu tun und zu lassen haben. Jo, nervt mich nicht, 2-4, 2-4 und 2-8. Hallo Kollege, alles Banane, alles gut mit dir, mit dir geht's gut, mir geht's auch gut, danke fürs Gespräch, wir werden Freunde, wir sind Freunde, ich weiß, wir mögen uns alle. Ist da vielleicht noch ein Letter dahinter? No. Kommt der Zombieman? The Walking Dead, wir haben jetzt noch einen von 208, also das ist schon ziemlich disturbing, das sag ich euch gleich, 2-8, wir müssen jetzt so lang, go to the stair, also key to the stair. Randy, you suck. Wir gehen ins Treppenhaus. Wir werden kommen. Oh, du bist der. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen, Leute? Natürlich. Natürlich bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Ich hole Düssel. Da hin. Schauen, wenn uns der Ander wieder angreift, hier. The Walking Dead. Hallo? What? Er schenkt mir eine ein. Ich geh mir aus dem Weg. Stairs. Abstairs. Downstairs. Immer schön runter. Ich bräuchte mal eine Waffe oder so. Aber wer gibt einem psychisch Kranken eine Waffe? Freiwillig. Ich kann auch crouchen. Was sind wir jetzt? Hier komme ich nicht rein. Ich muss jetzt die ganze Zeit hier nur in der Gegend rumlaufen. Ohne Sinn und Verstand. Hier. Da unten ist der Key. Guten Morgen, Herr Offen. Aber hier komme ich nicht rein. Die haben schon ... prêt zu sterben. Mir fehlt irgendetwas. Da hinten weiten lassen. Tür ist keine Aube … Ein Aube ... Ein Pumpe jetzt. Ein Auto. Ein Auto, in das ich nicht reinkomme. Um was geht es jetzt eigentlich? Ein böser Sturm. Leute, die Sparrels. Wir können uns da anscheinend einen Weg freisprengen. Gehe ich mal davon aus. Jetzt müssen wir halt nur noch einen Weg finden. Was für ein... Was ist das für ein Auto? Aber schlecht gemacht ist nicht, Leute. Klar, es sind... Wie ist das? Dieses Pochern. Wie ein Herzschlag. Wie ein Herzschlag. Wie ein Herz. Wie ein Herz. Wie ein Herz. Hier drinnen kann ich zu. Hilfe. Ich meine, die Atmosphäre von dem Spiel ist schon cool. Gerade jetzt in diesem Haus ist schon krass. Werden wir vielleicht verfolgen. Küche? Küche? Ja. Schöne Küche. Was ist hier schief gelaufen in dieser Klapse? Leute, ich finde Briefe noch unnöcher. Aber mit was? Wir bräuchten eine Pistole oder irgendwas. Wir sind auf einer Insel. Das sind wir mit an. Ich denke mal, dass das hier das Gebäude der Angestellten war oder der Ärzte. Gleich. Das Haus der Ärzte. Ärztehaus. Und bloß gerade. Und dann müssen wir ja dann rauskommen. Ich hoffe, es verkackt mir nicht irgendwie wieder die Aufnahme, dass ich hier bald eine Stunde umsonst aufnehme oder so. Ist mir gestern nämlich passiert. Habe ich 50 Minuten Horrorvideo gemacht. Das ist eine Militär-Basis. Das ist ein Militär-Haus-Mittel. Äh, ich spuck schon wieder auf mein Laptop. Das ist ein Militär-Haus-Mittel. Und die haben wahrscheinlich irgendwelche Versuche gemacht. Aber wir haben immerhin eine Waffe. Komme ich nicht hoch? Oder doch? Natürlich komme ich hoch. Ich wäre ja der Rost nicht der Rost, ich meine, wenn ich nicht da hochkommen würde, oder? Aber ich glaube, ich hätte hier gar nicht hochkommen sollen. Komme ich dann überhaupt wieder runter? Aber vielleicht verbergt sich ja hier oben noch was. Hätte, hätte, hätte. Hätte, hätte. Fahrrad, hätte. Geh nochmal eins hoch. Auf jeden Fall haben wir genügend Schüsse. Aber hier oben ist gar nichts. Leuchtturm. Leuchtturm. Und wer schießt hier? Hier müssen ja noch andere Lebende sein. Das ist auf jeden Fall in der Militär-Basis. Super haben wir rausgefunden. Gott sei Dank, ich habe schon gesagt, ich kann nicht mehr über die Couch überlaufen. Wir müssen nochmal nach unten. Und dann schauen wir, dass wir die Fässer zerschießen. Und den Weg sozusagen dann durch die Fässer freisprengen. Und entkommen können. Leute, Vorsicht. Rosti hat eine Waffe. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon gedacht, das klappt nicht. Oh, schön animiert. Glücklicher Standard. Ich weiß auch nicht, wie lange das Video, wie lange das Game geht. Das ist schon Sound. Der Sound gefällt mir nicht, Leute. Der Sound gefällt mir nicht, Leute. Der Sound gefällt mir nicht. Nichts. Hier ist eine Barriere. Hier kann ich nicht durch. Die Türme komme ich nicht vor. Kann ich auch nicht hin? in meinem? Nee, ich fühle mich nicht. Nein, ich fühle mich nicht auf. Ich fühle mich, wir müssen jetzt nicht auf. Ich fühle mich nicht auf. Hauptsache Munition verschwenden. Oder bin ich da? Was finde ich denn hier noch? Schieß, ich bin halb tot. Okay, ich habe noch 90. Aber für was? Die ist nicht gut. Top of the rack? Try to get here on top of the rack. Top of the rack. Warum fallen die nicht um? The top of the rack. Ja, aber wie? Oh, scheiße. Ich muss sie wandern. Ich bin tot. Ich bin tot. Tot. Leute. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin tot. Komm aber nicht mehr zurück ins Menü. Ich kann mich hier noch entparken. Ich starte mal. Freunde. Ich hätte das gerne noch mal probiert. Aber ging ja nicht. Bin ja tot. Das war Randy. Das war Randy. Shit. So kurz vor dem Entkommen. Und dann haben mich die Zombies erwischt. Nicht schlechtes Spiel. Nicht schlechtes Spiel. Ist halt ein Standard-Unity-Horror-Game. Aber ihr könnt es ja gerne mal runterladen und selber mal probieren. Wir bedanken uns für euch, fürs Zusehen. Sorry für den Ausgang jetzt. Würden uns trotzdem freuen, wenn ihr wieder einschaltet wird auf unserem großen Kanal. Bitte bewertet das Video. Schreibt doch was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Falls ihr noch kein Abo habt. Einmal aufs Köpfchen drücken. Press den Headbutton. To subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es jetzt. Und bleibt bitte alle gesund. Okidoki. Ich sage tschöne mit den Fingering an uns. Euer Sam Teddy. Die Minion. Der Restaurant. Von der Uto. Und geruchtet alle mal natürlich. Thank you. Bye. Good night. Bye bye.